Leute, das ist nur ein paar Sekunden, ich wollte euch sagen, ich werde das jetzt mit Chlor aufhören, weil, Jungs, ich kann das ehrlich nicht, also ich habe das wirklich versucht und angefangen, okay, war heftig, aber irgendwann ist es wirklich so richtig Feierkampf, man kann das nicht, also Leute, ich breche das jetzt ab, für die Leute, die dachten, oh ja, jetzt machst du eigentlich so täglich Videos, ich werde auch jetzt versuchen, viele Videos zu machen, und es wird auch noch, wenn ich du wäre, eine Challenge kommen, ne, Leute, das war's mit Video, das war nur ganz kurz, ein kleines Informat, ne, ciao.